So Leute, das ist unser, ähm, wie heißt das Zimmer? Im Wasberger Hof, 8C. Ja, das ist die Laura. Hi. Das ist unser Schrank. Von innen, guck mal, von innen ist es nicht ganz groß, aber da steht sogar Bitch. Ja, Mama, lass mal ganz kurz Zeit. Ich mach gerade hin, bitte. Richtig Bitch. Dann, äh, hier noch ein Schreibtisch mit einem Stuhl und, äh, Fenster. Geil, ne? Ciao!